ein hallo und herzlich willkommen zum gebettet der hotline weiter geht es mit heute war ja immer noch am start und auf staubwüste also das ist mal das klasse aber für heute war ja definitiv dann machst du auf jeden fall nichts mehr dabei war ich gleich mal ist steil müssen würde ich mal gerne bei einer karre so eine lasermine platziert um zu gucken ob die irgendwie was bringt ob die denn jetzt probiert irgendwie würde mich mal hart interessieren also was von unten hier granate was ist mit ihnen kaputt hier getroffen als stand vor wenn es eine one-hit-snipper wäre bämm die passieren ja da und alter so ein pcr da uns wirklich weggebombt mit seinen raketenwerfer ja ein pcr na das mich borden ich bin nicht so lange der granate habe so lange mit gehofften ist das geld und vom fahrzeug aus kann ich die länder die noch hier das ist jetzt gegessen hab keine märchen der vor allem ist so besoffen ich glaube wir sind gleich im arsch habe ich ihn wenigstens getroffen ich habe irgendwas angehörtet aber ich glaube nicht dass ich den kollegen angehörtet habe ach das ist kacke mit sniper ey na ich will joinen ich will joinen ich will joinen hallo hallo mach hin mach hin da sind du noch da sind du noch da sind du noch ist ja doch keiner Da kommen wir hier gleich durch. Das andere reingang. Du hast eine Charge an. Dein Muschies Kumpel. Kommt das spielen. Stopp das fucking Auto! Na ja, Spielverderber, ey. Kommt der nicht rein, kommt der mit der Granate rein hier. Ach man, ist das ein Kacke, ey. Mit dem Sniper, ey. Da machst du nix. Aber wir haben immer einen eingekillt. Wir haben schon viel gekillt, what the fuck. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hörte, wir haben nur einen Kill. Der war halt immer mit der Granate da. Wunderschön. Alter. Wer schießt denn da auf, Wunderschön? Wer hat denn mit der? Oder was? Killt sogar. Oder? Oh. Ich hab das fucking Auto gesehen. Oh, Alter. 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 Wenn er schießt, dann treff ich ihn. Und dann fick ich sie. Oh Mann, im Tretz fand sich Ficker, ey. So eine Kacke. Das ist schon in und her gebannt. Ihr hoppt, ey. Pissen, ey. Komm, lass mich doch mal spawnen, Junge. Was ist da los, ja? Was ist da los? 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 Ich hab von vorn, ich war, ich wurde von allen Seiten durchgenommen, ja, gerade. Meine Fresse. Hm. Video Money Heim war gerade momentan. Zeig mal, ja, kurz. 40. Im Moment reicht es nicht. Wie viel kostet nochmal dieses Profi-Ding ins Kirchen? Diese... Oh, es geht! Oh, Stuntfahrer. Jetzt brauche ich nur noch eine Karre. Ich kann nichts für spawnen, naja. Äh, hier. Squad in getreten. Hm, davon ist eine Karre. Was geht hier bloß ab? Ist der da oben? Scheinbar. Was geht hier bloß ab? Was geht hier bloß ab? Right here! Schade. Ich kriege dich. Alter, das sind einfach zigtausend Leute, ey. Wo wir gerade sind. Meine Fresse. Was ist hier bloß los? Ich hab mich doch zigtausend Mal getroffen, alter. Boah! Das ist nicht normal. Ich bin ja in der letzten Deckung in der Monschi. Auch, ich hab keine Machete drin, schade. Wir werden mal den Nahkampf mit der Machete gemacht, hab ich gesagt. Na, was soll's. Ach, G18, Junge, ey. Einfach nur behindert. Am besten ist es auch wirklich mit der G18 nur anvisieren, ey. Sonst triffst du gar nichts wenig. So, komm, ey. Ähm. Ich wollte irgendwas machen. Ich wollte irgendwas machen. Ich wollte irgendwas machen. Was wollte ich machen? Äh. Keine Ahnung. Ich wollte irgendwas gerade Wichtiges machen, hab ich gesagt. Guck mal, die Tron, die Tron, die Tron. Will ich mal jetzt use'n. Ah, auf Shift ist ein Tron. Geil. Okay, ich bin bei der Karte. Geil. Von dem Angriff wäre das aufm Fall für viel, Alter. Na, warte, nöger. Nöger. Nöger, 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 nöger. Oh, geil. Nach links gedriftet von wegen Caz Einstein, Kollege. Komm rein, ihr. Findest du das auf? Alter, geiler Fuchs, du. Oh, ja. Ja! Slow life that! Wie! Fuck no! Und nicht schon wieder so ein Pisser da mit seiner scheiß Karre da rumfährt und sie vierter platziert. Ey, ich hasse den Typen. Boah, ich hasse so ne Leute wie die Pest ohne Witz. Oh, ich platziere jetzt das Zerfirm auf die Karre und dann fahre ich rum und dann spreng ich mich halb selbst in die Luft und wenn es gut läuft, spreng ich mich nicht selbst in die Luft. Ey, man. Besonders bei so einem Modus irgendwie, keine Ahnung. Natürlich ist es sehr effektiv, keine Frage, aber trotzdem geht es mir auch hart auf die Naja. Das kann ich doch nicht vergessen. Da, von wo denn jetzt schon? Ach, vom anderen Gebäude da scheinbar irgendwie. Da muss ja natürlich auch der Kollege schon drin sein. Oh, das ist Xerox, T-Back, oh, der geilste Typ, aber was sagst du? Ja, mit seinen 5-5-Stats. Oh, aber bist ein geiler Marfucker auf jeden Fall, Digga. Und dann wird's... Granatenwerfer, bam, wäre in die Daune. Okay, wir hatten uns wahrscheinlich vielleicht noch trotz dessen umgefahren, aber... Wenn du Sniper machst du halt nix, ey, ist halt kacke. Und das dauert Jahre zum Spawn. Da vorne ist... wird da irgendjemand geschossen, ey. Da vorne ist... Hier kommt ein Granaten! Mach das, F***er! Lass sie raus! Hier! Ray! Da müssen sie stehen, oder? Geiler Typ. Ey, Mann. Ich will wieder mal in der Karre sein, ey. Aber ich bekomme hier keinen ab, ey. Find diese Keeper. Neue Fahrrad. Sehr schön, endlich. Ich mach mal wieder in der Karre her. Wir spannen hier, hier. Gehen wir in der Dürbrik. Weiter. Jetzt haben wir sie ein, da. Ist ein bisschen besser, ja. Naja, ich bin ja Spotliterscheiße. Auch toll. Oh. Oh. Das hat die Dürbrik. Das hat die Dürbrik. Das hat die Dürbrik. Da ist schon wieder ein Pass auf die Dürbrik. Keine Waffe. Oh, genau. Das ist ein Anzeige. Na, alles lobby hier? Oh, das hätte ich aufgehören. Jetzt gerade gerade ein Granatenwerfer da, ne? Hier. 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 Was ist denn die nächste Karre hier? Da fahren wir jetzt fast hin. Und uns verfolgt. Eine Karre. Macht's gut. Haben wir. Macht's. Komm bitte. Fahr doch einmal. Rein. Schau. Ich glaube, das ist für mich egal. Ich weiß, wo wir sind. Es ist vorbei, Herr. Wartest du jetzt auf den Kollegen mit da? Yes, Ziggy, Junge. Der ist sauernd. Hey, look, I'm cool on the field. Hey, it's the fucking console. You know where they are now. You're planning. It's time. Need to, need to, need to, need to, give it to me. Yeah. Yeah. Fahr los, gib alles, du geile Nuller, du. Der hat so verstanden. Komm, 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 komm. Yeah, ich geb alle, Digga. Nitro FDW. Kalt. Haben wir gewonnen? Ja. 12-12 immerhin neutral. Und das mit dem Sniper. Auf jeden Fall werde ich auch hier erstmal diesen Part beenden. Und dann sind wir uns beim nächsten Part von Battlefield Hardline. Bitte, bitte, haupt da rein.